Guten Tag! I think she's carrying a... Ähm... Herr Feuerwehrmann! Ich glaube... einer ihrer Kollegen hat gerade das Zeigliche gesegnet, aber sonst alles in Ordnung. Hallo meine lieben Freunde und herzlichst Willkommen zu einer weiteren Folge LSPD FR mit mir, dem Razer der Dispatch Redethema wieder in unser in die wunderschöne Anmoderation, die überhaupt nicht toll war, weil ich mich voll verplappert habe. Aber ist mir egal. Ich dachte, ich starte mal hier und ähm, ja. Wir haben hier aus irgendeinem Grund ein Auto, was die Türen offen hat, aber das ist jetzt erstmal egal. Wir machen ihn mal zu. Wobei mir kommt das ein bisschen suspekt vor, sag ich mal. Ich glaube, wir lassen das mal zur Not abschleppen, bevor da eine Autobombe oder so drin ist. Beziehungsweise, wir können es eigentlich mal durchsuchen. Komm, leg dein Ding weg, wir durchsuchen das kurz. Und kurz auf die Fahrerseite hin und durchsuchen mal. Äh, durchsuchen. Durchsuchen. Hallo. Oder? Oder so suchen wir halt ein andermal. Geht gerade irgendwie nicht. Äh, nö. Geht gerade nicht. Wieso geht das jetzt schon wieder nicht? Egal. Ähm. Ja. Ich starte, ich starte mal im Pier. Und, äh, mache da von dort aus mal die Anmoderation. Weil ich ständig vorm Police Department oder sonst wo ist dann doch auf Dauer ein bisschen eintönig. Wenn Pacific Bank heißt, da sollen sich mal die Kollegen drum kümmern. Wir lassen das mal. Und, ähm, ja, ich würde sagen, wir fahren das mal irgendwie. Oh, warte, nicht entgegengesetzt der Fahrtrichtung, sondern schon. Mit Blinker. Ähm. Ähm. Ups. Okay. Da war eigentlich ein Blinker. Oh, nö. Ich bin doch beim Euro Truck Simulator. Sorry. Äh. Äh. Beim American Truck. Ich hab nämlich jetzt die letzten Tage ein bisschen American Truck Simulator ausprobiert. Und, ähm, ja. Public Disturbance. Da fahren wir mal hin. Mit... Ach. Muss man eigentlich nicht mal mit Sponcode 2 hinfahren. Das ist Public Disturbance. Also da fährt man so hin. So, wir fahren wir dann fürs Pursen. Ich dachte, ich spiel mal bei kompletter Mitternacht, um auch das mal zu zeigen. Ich glaub, wir haben nämlich auch nie bei kompletter Dunkelheit gespielt. Einfach auch, weil sie es vielleicht auch gar nicht mal so gut für, äh, Aufnahmen eignet, weil es halt so dunkel ist. Guten Tag. Hallo. Sie sehen ein bisschen abgeranzt aus. Warte mal. Dürfen Sie sich mal bitte fragen, was das soll? Hallo. Okay. Sie geben mir keine Antwort. Ich glaub, ich muss sie mal eben mitnehmen. Ähm. Kommen Sie bitte mal... Ey, kommen Sie bitte mit. Das finde ich super. Wenn Sie mitkommen würden. Wenn Sie jetzt endlich mal mitkommen würden. Auf dem Boden jetzt. Ah. Mein Gott. Kommen Sie mit. Wir bringen Sie in Sicherheit. Hier am Strand sind Sie ziemlich allein und verlassen, vor allem um diese Uhrzeit. Hier sehen Sie auch, hier läuft keiner mehr rum. Äh, da müssen Sie am Tag kommen, wenn Sie Leute belästigen wollen. Aber jetzt geht das eher schlecht. Äh, wir rufen mal schnell einen Transporter, der wird Sie dann zur nächstgelegene Polizeistation bringen. Und, äh, ja, dann sollte sich das auch gelöst haben. So, wo ist denn der? Wir warten noch schnell auf den Kollegen und dann ist alles... Ey. Guck mal, da ist er schon hier. Guck mal, da. Da ist er schon. Boah, Alter. Dieses... Step of Field. Außen. Okay, wir haben, äh, Brandstifterei. Brandstiftung. Machen Sie es gut. Ich hab Sie lieb. Wir haben einen Satz. Oh. So. Jetzt hier. Okay, wir kommen jetzt am besten raus. Wir müssen irgendwie... fahren wir eben hier. Und dann fahren wir mal ganz professionell hier links. Und dann fahren wir ganz professionell hier rechts. Und dann sind wir schon da. Auf dem Highway zumindest. So, und hier fahren wir hin. Äh, ich muss dazu sagen, ich hab meinen GTA neu aufgesetzt. Äh, weil wir davor auf einer alten GTA-Version gespielt haben. Und das hat teilweise zu Problemen mit den verschiedenen Mods geführt. Deswegen musste ich jetzt alles nochmal neu installieren. Es funktioniert auch alles ein bisschen besser. Die Grafikmod sieht ein bisschen besser aus. Weil die ein paar Abdecks, glaube ich, bekommen hat. Wenn ich mich nicht irre. Aber sonst, äh, ist eigentlich alles gleich. Außer, dass die Lichter teilweise ein bisschen besser sind. Aber, äh, das ist, glaube ich, jetzt uninteressant für die breite Masse. Weil die meisten modden ja eh nicht selber. Die meisten gucken sich das ja tatsächlich nur an. Ähm, ja. Brandstiftung. Hm, an der Tankstelle oder was? Aber ich glaube, hier oben, wo wir hinfahren, oder? Ah, ne, ist keine Tankstelle. Da liegt, glaube ich, keine. Sollten sie aber mal ein bisschen be- Ah! Mach jetzt hier doch nicht schon scheiß. Wollt haben wir den Unfall gemacht, ey. Ich muss gleich mal einen Schluck trinken. So. Toll. Ah, lassen Sie mich bitte fordern, okay? Okay. Muss durch. Wir haben ja eine Brandstiftung. Ah. Ah, man. Okay. Ich frag mich, äh. Ich frag mich, wieso der Verkehr so eine scheiß KI hat, ey. Es ist echt unglaublich. Wollt mal, die bleiben einfach auf der Kreuzung stehen. So. Guten Tag. I think she's carrying a- So. Guten Tag. I think she's carrying a- Da kümmern sie sich dann sicherlich. Finde ich aber nicht gut. Na gut, wir suchen mal einen Brandstifter, ne? Aber am besten nur mit Code 2. Bei Code 2 kennst du, wie wir alle wissen. Ähm. Ah, jetzt ist er in die Richtung. Okay. Lassen Sie mich durch. Bitte. Danke. So. Ich sehe der Brandstifter irgendwie. Hallo, Herr Brandstifter. Wo sind Sie? Wo sind Sie da hinten? Okay. Irgendwann ist sie in Bewegung. Irgendwann muss nicht an den Ampeln stehen bleiben. Oh. 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 Wer von euch ist der Brandstifter? Ich glaube, der müsste jetzt vielleicht... Der hier? Der hier? Hallo. Ne, das ist nicht der Brandstifter. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Hm. Wer ist der Brandstifter? Ey, das ist 100 Bruder da hinten. In dem Sapri da oder was das für ein Ding ist. Es wird noch eine Aktualisierung und dann nehmen wir den. Aber... Wenn das Ding jetzt nach unten geht... Blödsters hinten. Okay. Vergiss es. Falscher Alarm. Wir machen uns weiter auf die Suche nach dem Brandstifter. Suspect Location Approaching. Okay. Hier. Da. Ähm. Ähm. So. Bleiben Sie bitte stehen. Hallo. Ah, die sind doch... Siehst du doch mal da hinten? Oh. Scheiße. Okay. Was machten die? Was machten die? Lassen Sie mich bitte durch, das Messer. Egal. So, raus jetzt hier. Nehmen Sie... Nehmen Sie die Kanne weg. Die Kanne weg. Auf dem Boden. So. Ich nehme sie fest. Wegen... dringenden... Dringenden Tatverdacht der Brandstiftung. Und darauf folgenden... Äh... Tötung eines Feuerwehrmanns, der in die Flammen gerannt ist. Ähm... Was Totschlag ist. Und wir haben eine Demonstration. Da gehen wir mal hin. Und... Sie werden jetzt abgeführt. So. Wir müssen jetzt zu einer Demonstration. Ey. Nicht hier hinten aufmachen. Vorne. Mach vorne auf. So. So. Wir dürfen einmal reparieren. Und müssen jetzt auf zur Demonstration. Das ist wichtig. Äh... So. Äh... Ich muss auch kurz hier rangieren. Wann du high? Äh... So. Demonstration. Das ist wichtig. Denn... Die könnte leicht eskalieren. Ich bin mal gespannt was jetzt da auf uns zukommt. Ich hab die... Also ich muss ganz ehrlich sagen. Die meisten der Einsätze habe ich nicht mal selber gespielt. Ähm... Weil das einfach so viele sind jetzt inzwischen. Uh. Das äh... War unbeabsichtigt. Uh. Approach the commanding officer. Aber so ist es... Die Vorderreifen habe ich mir kaputt gefahren. Die funktioniert nicht mehr richtig. So wie... Was steht denn da? This is the land of opportunity. Get out. Und es steht überall. Boah die machen sogar Musik. Aber ich glaube ihre... ihre Bongos sind kaputt. Weil... Guck mal es ist eine ziemlich ruhige Demonstration. Das ist ja doch hier. Der hat eine Gitarre. Die haben alle hier ihre... ihre... ihre Schilder. Uof. Uof. Was ist das? Wieso brennt der? Ah. Oh mein Gott. Nehmen sie die Hände nach oben. Alle die Hände. Die Hände nach oben. Ah, bis jetzt kann ich das bei mir immer. Ah, nehmen Sie die Hände weg. Ah, die brennen hier alle. Alter, nehmen Sie sie. Ich möchte sie nicht verletzen, ja? Oh, ich muss unbedingt weg hier. Nehmen Sie die Hände hoch. Die Hände hoch. Die Hände hoch. Alter. Auf den Boden. Ah. Oh mein Gott, hier geht alles in Kassel. Jetzt gehen Sie weg. Gehen Sie. Was ist neulich denn? Oh Gott, da hängt es auch noch ab. Okay, aber die können wir vielleicht festnehmen jetzt. Alter, die verletzt die ganzen Bullen. Jetzt hören Sie auf, auf die Demonstranten zu schießen. Loll, ich kann die ernsthaft festnehmen. Nice. Oh Gott, dann wird nochmal geballert. Sie können aufstehen. Alter. Ach Mann. Wieso endet bei mir eigentlich alles immer in einer Riesenschießerei? Weil jetzt war ohne Spaß. Wieso endet bei mir eigentlich alles in einer Riesen-Fucking-Schießerei? Selbst hier sind welche gestorben. Das ist ein riesiges Blutbad, Alter. Das ist ja... Kann man ja nicht verdienen. Hier ist auch jemand aus dem Auto geschossen worden. Was hat er denn mit der Scheiß-Demonstration zu tun, Herr Kollegen? Wieso müssen Sie immer auf alles schießen, was sich bewegt? Wieso zielen Sie auf Ihren Kollegen? Ist er etwa tot oder was? Jetzt hören Sie auf, auf Ihren Kollegen zu zielen. Die schießwütige, verrückten Amis. Man kann es aber nicht aushalten mit ihnen. Man enttäuscht. So, wir müssen weitermachen. Achso, genau. Wir müssen auch zum Commander gehen. Mal gucken, was er zu sagen hat. Hallo, Herr Commander? Ja. Okay, ich glaube, wir müssen das Graulot beenden. Tja. Wir brauchen nur ein paar Corona. Glaube ich. Oh Gott, ist das lustig. Alter, das ist doch ein Witz, Alter. Wieso muss eigentlich alles... Jetzt sind wirklich die meisten im Mitteldingen gestorben, dass es den Verkehr nicht so krass auffällt. Aber wir haben auch ein paar tote Polizisten und Kollegen. Das ist natürlich nicht so geil. So, da hinten ist der Leichen... Ne, ist unser Auto hier. Keine Ahnung. So. Naja, wir machen aber weiter. Ja, wir müssen einmal unsere Karre reparieren, auch wenn das ein kompletter Fehleinsatz war, quasi. Ey. Ey. Sie bleiben mal stehen. Oh Gott. Oh Gott, geht's Ihnen gut? Hallo. Geht's Ihnen gut? Ah. Ich glaube, ich weiß, unser Leichenwagen ist. Sie sind einer von den Street Racern, kann das sein? Dürfte ich Sie mal bitte mitnehmen? Äh. L.S.B.D. Don't you move. Äh. Hold. You to make an arrest. Jetzt bleiben Sie doch stehen. Mensch, es reicht. Jetzt bleiben Sie stehen. Ich möchte Sie... Alter, ich möchte den Scheiß verhaften. Gehen Sie auf den Boden. So. Anders kann ich Sie ja leider nicht verhaften, als die Handstellen anzulegen. Okay, auch wenn Sie... Äh. Sie sind gerade ein bisschen übers Auto geflogen. Ich glaube, Sie müssten jetzt mal dann im Polizeirevier medizinisch untersucht werden. Äh. Weil es sah schon ziemlich heftig aus. Sie sind über... Sie sind einem Fahrzeug hinten reingefahren. Wir haben das Unfallfahrzeug hier vorne. Der Fahrer lebt zum Glück noch. Das ist ein GTA nicht selbstverständlich. Ja, und der Officer beleidigt Sie erst mal. Naja, Ihnen wird noch ein gerichtliches Verfahren kommen. Äh. Und Ihr Motorrad werden Sie wohl auch nicht mehr so schnell sehen. Und wir haben hier noch ein paar DNA-Spuren von Ihnen. Aber ich würde sagen, wir machen dann mal, äh, weiter. So. Wie gesagt, das wird rechtliche Konsequenzen haben. Was auch immer das schon wieder war. Alle müssen durch. Laufen Sie noch weit. Oh, Stone Police Vehicle. Da greift man sofort ein. Stone Police Vehicle, da verstehe ich keinen Spaß, ja? Oh, warte mal. Ich war ein bisschen falsch. Okay, jetzt. Okay, 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 okay. Scheiße. Bleiben Sie stehen. Bleiben Sie stehen. Bleiben Sie stehen. Auf dem Boden. Auf dem Boden. Komm. Ich nehme Sie nur fest erst mal, ja? Könnte ein bisschen zwicken, aber sonst ist alles in Ordnung, oder? Alles ist gut. Ich verstehe zwar nicht, warum Sie ein Polizeiauto klauen müssen. Guck mal, Ihre Komplizen rennen da an. Na ja, da machen wir gleich nachher. Ach, wenn... ...ne Fahndung. Wobei, ganz ehrlich, wir kriegen die, glaube ich, jetzt noch. Wir holen Sie Ihre Kollegin. Sie macht doch nicht hinten auf, sie steckt vor. Nein, du Krüppel. So, Herr Kollegin, Herr Kollegin Ische. Bleiben Sie stehen. So, wo ist er? Da. Bleiben Sie stehen. Aber machen Sie keinen Scheiß. Okay. Auf dem Boden. Guck mal, wie friedlich man das alles lösen kann. Dabei haben Sie soeben ein Polizeiauto geklaut. Das finde ich... Das finde ich nicht gut. Ich glaube, Sie wollten damit, äh, nicht legale Sachen machen. Und Ihr Polizeiauto... Und das Polizeiauto müssen Sie jetzt auch abschleppen. Das wird Kosten verursachen, die Sie zu tragen haben. Und Sie steigen nicht bei mir ein, weil Sie stinken. Nein, nein, Sie steigen da nicht ein. Sie gehen zu meinem Kollegen. Der hier hinter Ihnen ist. Nein, nicht bei mir. Nicht bei mir. Ja, Sie steigen meinen Kollegen ein und wir holen so lange unser Auto zurück. Ja, dass Sie uns geklaut haben. Mann. Oh, das Auto ist gedießbar. So. Wir brauchen einmal einen Abschlepper in dem Weinwood Boulevard. Ähm. I should want to the police vehicle. Yes. Fahren Sie mir... Okay, gut. Ich dachte, es fährt jetzt hinten rein. So. Wir stehen, glaube ich, ein bisschen im Weg. Danke. Arschloch. Mann. So. Mein LSBDF. Wieso crasht das eigentlich manchmal? Ich verstehe es nicht. Wieso crasht LSBDF? Aber ich wollte jetzt eigentlich Ihr Schluss machen. Deswegen trifft sich das eh gar nicht mal so schlecht. Ähm. Ja, ich würde sagen, das war's mit der Folge. Lass die Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Und wenn nicht, dann bitte auch. Ähm. Und ansonsten könnt ihr ja einfach mal in die Kommentare schreiben. Das könnt ihr eigentlich in die Kommentare schreiben. Keine Ahnung. Wieso sage ich das überhaupt? Ich würde sagen, wir sehen uns in der weiteren Folge von LSBDF. Bis dahin. Hau da rein. Macht's gut. Tschüss.